So, Hallöchen meine Lieben und seid recht herzlich willkommen zum Gameplay der schlechtesten Wayne EO West auf der 3 gegen 3 Map mit Simi und Eli am Start. Troll on. Also das wird super spannend, wir müssen gegen einen Malzerhaar oder einen Olaf mit Healer ran, man weiß es noch nicht. Wow! Fuck! Soll ich jetzt weg? Oh, das... Also ich habe keine Flash mehr, nur so by the way. Oh man, ich habe das Gift da auch nur drauf. He range von dem Gift, what the fuck? Oh, vom Virus. Dass das überspringt, das ist ja mal krass. Oh, na, die los. Oh, na, die los. oh oh miss bot lane by the way come on yeah thank you miss miss oh miss miss oh shit malta im jungle what what there is half mana the combo didn't know sorry hmm what they had 14 farm what the fuck i have 15 i have 15 i have 15 yes i was ich muss gleich das ist nicht nice den könnten wir eigentlich töten naja ich muss gleich bevor der ruht hat oh fuck misplay ja wie gesagt schlechteste Wain EO West ich geh mal einkaufen allzu viel sollte nicht passieren Schuhe 2 Heelputts und los gehts los gehts Malzahar ist Mist der wird aber auch einkaufen vermutlich mal Naht ist Toplin und Olaf geht in den Chargen komm her nevermind hey hey sehr klingt so weh gut job Ace Ace ich hab wohl läuft Same ich nicht aber das ist okay ich hab mehr Leben als vor dem fight oh kackt er auf ulti reicht gerade und gerade so nichts auf den botten oh schade also kein next level place malzahar ist malzahar ist auch mit malzahar ist auch malzahar ist auch mit ja auf die ber siege ja er schmerzt so langsam Oh fuck! Oh, Counterplay! Ok, ich lebe noch. Oh, wenn mich jetzt der Virus erwischt, bin ich RIP, ich muss glaube ich back. Wobei, das sind so viele Minions. Incoming! Olaf ist erst. Oh. RIP, 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 RIP. Die waren zu zweit im Busch, WTF? Die Frage ist, soll ich mir jetzt noch kalt holen? Oh fuck. Lauf, Seppling, lauf! Soll ich mir sicher holen, also kalt? Oh, Seppling, nein! Ich glaube nicht, dass ich das von dir. Ey! Job! Calculated! Too easy! Mit 27 Farben. Besten Mal, Köln. Ich weiß nicht. Aber 4-2. Das geht! Geil! Mal, Fehm! Mal, Fehm! Ja, das ist wieder hier im Busch. Mal, Fehm! 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 Allah, ist erst. Fist und Low from the Zeppelin Olaf Kahn Olaf geht Ulti Die ist zu langsam Feels bad now The bad man Malzahar war top, geht berg Malzahar ist top und ich sterbe Du gehst und dich nehm das halt da rein Yo, sie hat recht Tschau mal Oh no Ich hätte sogar noch hier gehabt 506 Trundle Broken AF 46 Ist das eigentlich ein Ranked Ja, Ranked Ja, immer try out Keine Ahnung Okay, nice Sind doch mal Platzierungsspieler Ich bin Bronz 1 Du bist also Fast kein Bronz genug mehr Aber nur fast Fast Ähm Bis Nautilus Nautilus Half-Life Nein He, der ist da Die wollen mich, glaub ich Warte, 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 warte Die sind da im... Oh, die kommen Oh, Alpola Wuhuuu Das ist wie ein Penta Wuhuuu Das ist wie ein Penta Wuhuuu Wuhuuu Okay Nagi Er wollte sie zu treiben Und mit solchen Freunden spielt man Maybe not Ein Penta Kill mit Dwayne Ohne... Shhhh Ohne... Ulti Ey Maokai First-Style GG Die haben mich einfach nicht geforkusst Pushing Machine Maokai Hörs laufen Heißer Blick Hörs laufen Ah, da kommt noch ein Malzer Haar Da kommt noch auf Hier geht's Hier geht's Hello? Thanks? Genau. GG. Wohooo! Nooo! Nice tag in Trottl. Thanks, mate. Good job. Zwei Panta-Killz, ja, Panta-Kills of Wayne. Inofficial Panta-Killz. Oh, der war nicht mehr. Doch, dreifach töten. Doch, doch, Böbel-Kill war es, aber trotzdem. Inofficial Panta, jetzt steht er nur zu Böbel. Das ist egal. Es ist wie ein Panta-Kill für mich. Der will er zählt. Also für ein 3 gegen 3 Dude wäre das ein Panta-Kill. Ein Solo-Ace. Ah, ich muss mir eine QSS holen, so langsam. Ah, ich bin so eine schlechte Neid um sein zu setzen. Olaf, Doppeln. Hals, Hals. Ah, Misch. Ah, Böbel und Mist. Er könnte mich extractiv mit der Frontellane, ja. Der ist richtig low Olaf. Der ist hier, man. Hä? Warum ist denn der Dau...? Hä? Ach so, jetzt gibt's... Oh, ich komme! Oh, da habe ich ihn. Oh, dass ich ihn tot war. Ima get that ass. Jetzt killsteal. Oh, schade. Meinen. οςht Du 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 du. Du 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 du. Ach. Aha. Ah, das Kiting! Also du hast die Leistung, du musst dich kiten, ich bin größer. Tschüss! Oh Mann! Schade. Okay, ich brauche QSS. Q-S-S! Oh, Olaf! Ah, grüß! Oh Mann, wir haben alles benutzt, um mich zu töten. Dabei hat doch Daur am zweitmeisten Damage gemacht. Yo, what up? Ich sterbe! Nooo! Drandl, Drandl on the run! Oh! Ist sein Teil, Dennis! Easy escape! Nee! Easy win! Schaffe ich Solo-Spinnen? Nein! Sehen wir es! Infinity-Apps, Lifestyle, Versuche, Zwerto! Ja! Zudem bin ich ne Wayne! Tak, 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 tak! Nee! Okay, bestimmt! Okay, das schaff ich nicht! Aber fast! Ein klein wenig mehr! Nee! Witz! Eigentlich muss ich nicht back, ich kann kein Lifestyle! Das ist ein ganzes Spiel! Das war ein Trolling-Classic! Und Drandl ist halt ein richtiger Troll! Ha, habt ihr denn nicht verstanden oder war das so bad? Beides Kann ihn nicht festhalten, sorry Musst halt sterben I'm helping Das Ding ist ohne QSS Fickt mich das Engage Engage Und ich habe meine Q zu früh aktiviert Er ist was tot Loll Wurf 2 für 1 Oh gedamaged Engage Engage Immer rein da Ach egal Der 70 farm Maokai 72 Entschuldigung, ich wollte nicht seine Gefühle verletzen 78 78 Ja Jetzt läuft's Jetzt läuft's Stell bei Tötung 1% des maximalen Lebens wieder her Ja gut, wenn wir andauernd das beide Altäre hätten, hätte Marokai jetzt fast 100% Leben wiederhergestellt 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7% Wandel könnte die Solo schaffen. Hat die Spinne eigentlich auch einen coolen Namen, so wie Baron. Willemar heißt die in Englisch, wieso Willemar, keine Ahnung. Jetzt sind sie wieder alle bei mir. Was ist los? Ja das Glück nicht. Oh fuck, die kommen alle zu mir wieder. Die wollten auch sterben. Engage. Ja wir pushen einfach gerade. Easy. Ich muss aus der tiefen Ladung Reichweite draußen bleiben. Ja. Nautilus ist gut, du kannst rein gehen. All in. All in ist Graves Spruch. Oh nein, Nautilus. 10 Sekunden heal. Ready? Hey. Easy win. 100 Farms, endlich. Ja. Nein, ich habe nichts mehr flaschen können. Gigi Weplund Best Wayne E.O.V.E.S. Merci Wir sehen uns im nächsten Mal und Marco Pustano Ciao